Ich mit meinen 3.000 bin eigentlich schon sehr zufrieden. Wie du es bist als ich? Ach, mein Freund. Wie heißt dieser Scun-Hex? Guck ich mir jetzt mal an, was der überhaupt für ein Typ ist. Wo ist er? Da läuft er. Ne, doch nicht. Ja, ja, eigentlich! Was ist das denn? Ich fahr weiter! Drehmanöver! Sniper ist das. Ja. Ja, ist geil. Ich fahr jetzt hier mit. Hallo! Ich kann, komm ich weg. Wie? Aua! Ja, du bist nicht eingestiegen. Ich stell mal hier auf die E-Taste, ich kann euch dafür. Was ist denn auf die E-Taste zu drücken? Wieso? Aber schießt du? Einfach schießen. Man weiß ja nie. Hm. Ja. Boah. Mit dem Zaun auch noch. Weiß ich mal Brandkunden gestirbt. Ja. Hab ich doch schon. Ja. Ich bin böse. Ich kapier nix mehr. Ja, nein! Na, 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 no! Boah! Ja! Ey, ich muss nicht hier. Ich hab nur einer B. Ja, das stimmt, ey. Nein! Tanknoobs. Komm. Hier. Haha. Scheiße. Fail. Das ist kacke. Komm. So, Entschuldigung. Ge- geht doch. Ey, wieso werden denn Pussys weggepixelt? Hä? Was ich da geschrieben hab. Keine Ahnung. Pussy. Pussys. Das ist. Hm. Weil's. Ein schlechtes Wort ist. Scheiße. Ah. Mäh. Tschüss. Loll, der ist kaputt gegangen. Hinter dir. Ja? Wo ist er? Da. Na. Ja, genau. Ist auch wieder gestorben. Boah, was ist denn hier? Was ist denn hier los? Ich kapier nix. Hallo. Ich seh nix mehr hier. Ich seh nur nur Explosionen. Na, auf mein... Fliegt einfach einen fetten Panzer? Aus Auto? Ich selbst. Haha. Ach, da oben. Ach, tot. Kopftreffer. Ah, Panzer. Wo? Na. Du fährst einfach. Böse Warze. Da vorne ist einer gelandet. Ja, hinten kommt auch einer auf der anderen Seite von unten. Ja. Ich komm mal gucken. Ah, hier. Genau der. Ah, also. Ist klar. Was ist hier los? Wo kommt das Flugzeug her? Hallo, ich seh nix. Ich flieg jetzt da mit. Ah, Headshot. Komm mit, Micha. Hol die Warze mit. Ist klar. Ja. Ja, ich... Ich bin noch gestartet. Ah, scheiße. Die Brandkugeln, verreckt. Ah, wer will mit? Weißt du, das ist gar nix. Ich hatte schon wieder 2000 Punkte. Ey, der Warze hat mich geheilt. Daumen hoch. Oh. Daumen hoch. Daumen hoch. Oh, Favo. Dislike. Wo seid ihr denn eigentlich? Na. Ich bin gerade in der Base. Ich war in deren Base. Tschüss. Boah, leck, leck. Ich hab Standgeld. Ach, scheiße. Boah. 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 Oh.. Mhm. Einmal ist mich doch einfach mal Wahze. Doch, geht doch. Danke. Scheiße, sowas. Ey, was ist denn hier los, ey? Ja, genau. Aha. Und schon lieg ich wieder am Dreck. Mein Gott. Boah, Alter, immer diese Soul-Daraffer da. Die befährt mich immer wieder. So, getötet. Boah, Heilunge. Ey, warte auf mich. Die Warze holt mich mit. Ah. Die Warze, der geht voll ab. Hier, Warze. Ich guckla. Tschüss. Aua, Aua. Hallo. Was geht denn? Ja, da sitzt der Sack. So. Weißt du, was ist... Na, 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 na. Bist du gestorben? Nee, überhaupt nicht. Hallo. Ach, von Spitfire. Hä? Äh, weißt du, das ist so unlogisch. Ein Panzer tötet mich, dann steht dieses Flugzeug davon, von uns, weiße. Was ist das denn? Oh, ich brauche eine Heilung, ey. Ja, ich bin da tot. Ich komme jetzt. Boah. Boah. Finnmark, voll dagegen. Oh, Spitfire ja ins Gesicht. Hör mal, ey, dieser Skewnex hat schon wieder 300.000 Punkte. Was ist das? Ja, also. Ich bin da nur ein Standard-Sniper. Oh, ich bin da tot. Ja. Na tot. Was willst du, ne? Willst du überfahren? Oh, ich lebe aber noch, ne? Scheiße, ne? Wer, wer grüßt mich denn da alles? Ich kenne die alle gar nicht. Die sollst du auch nicht kennen. Hilfe, über Panzer, Alter. Nee, du hast nur Panzer, da schon wieder. Ja, ich glaube, ich muss fliegen. Mach ich auch gerne. Boah. Was ist eine Scheiß-Runde. Aua. Ich boche hei... Alter. Alter. Na, Mike war hinten, der ist so verknappt. Er ist richtig fettbrandt vorbei. Nö, das ist mein Kill. Haha. Popo's Q-Nex. Genau. Ich habe hier gerade selber nichts mehr. Haha. Popo's Q-Nex. Hat 22 Kind schon. Heilung. 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 Mike, Heilung. Ja, ich verfolge gerade so ein Flugzeug. Das ist ja. Oh, drei. Was ist das? 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 Nein, lass mich fallen. Da. Ich habe die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze voll. Untertitelung des ZDF, 2020